In Excel werden Formeln mit einem Istgleichzeichen eingegeben, einfach in die aktive Zelle, wo das Ergebnis drinstehen soll, mit einem Istgleich beginnen. Und ich kann jetzt hier eigentlich schon zu rechnen anfangen, also 14 plus 7 und ich habe dann auch gleich das Ergebnis in dieser Zelle stehen. Aufpassen, wenn man eingibt 14 minus 7 und vergisst das Istgleichzeichen, dann kann es sein, dass Excel daraus ein Datum macht. Genau, also 14. Juli. Hier muss ich aufpassen, dass ich hier das Ganze nicht als Datum formatiert lasse. Ich muss das also wieder ändern, weil Excel das automatisch formatiert. Und jetzt kann ich es nochmal probieren. Istgleich 14 minus 7 und es hat funktioniert. Ja, bei einem Produkt, hier haben wir 7 mal 14, da verwende ich einen Stern, kein x oder sonstiges oder einen Punkt für das Malzeichen. Und bei dem Geteilzeichen haben wir in Excel einen Schrägstrich, istgleich 14 geteilt durch 7 und keinen Doppelpunkt. Der Doppelpunkt würde einen Bereich angeben, also zum Beispiel, das hier ist die Zelle H2 bis I2. Das würde man dann in Excel so darstellen. H2 bis I2. Dafür verwendet man dann den Doppelpunkt. Ja, wir haben jetzt hier die Berechnung in einer Zelle durchgeführt. Das macht man normalerweise nicht. Normalerweise verknüpft man diese Zellen zu einer Formel. Wir haben hier also eine Ergebniszelle, wo das Ergebnis drin steht und andere Zellen, wo dann die entsprechenden Werte drin stehen, die miteinander verrechnet werden sollen. Wenn ich jetzt hier reinklicke, dann sehe ich also, hier steht nicht 15 plus 3 plus 5, sondern hier steht jetzt der Zellbezug. Das bedeutet also, ich rechne nicht mit der Zahl, sondern mit der Beziehung zu dieser Zelle. Das hat den Vorteil, wenn ich die Werte hier entsprechend ändere, ich ändere die hier mal auf jeweils 10, dann habe ich den Vorteil, dass die Formel erhalten bleibt und ich habe automatisch die Berechnung durchgeführt bekommen. Von der Eingabe her verhält sich es genauso wie oben. Ich beginne wieder mit dem Istgleichzeichen. Ich klicke dann nur noch die Zelle an, setze das Rechenzeichen und kann dann in die nächste Zelle klicken. Bestätigen mit Enter und ich habe das Ergebnis. Jetzt habe ich natürlich die Zahlen von vorher nicht mehr, darum kommt hier gleich 0 raus. Ich glaube irgendwie so war das. Ich kann aber auch, ich brauche nicht nur die Zelle anklicken, ich kann das auch direkt reinschreiben. Also ich kann auch sagen, ist gleich B14, dann mal D14, mal F14. Also ich kann es händisch reinschreiben. Es macht auch keinen Unterschied, ob ich groß oder klein schreibe, weil Excel formatiert das dann automatisch wieder in große Buchstaben um. Hier unten nochmal kurz der Unterschied. Es ist ein Unterschied, wenn ich also schreibe, ist gleich 3 mal 7 plus 4. Das ist 25 oder ich sage, ist gleich 3 mal Klammer auf 7 plus 4. Hier haben wir einmal 11 mal 3 ist 33 und hier wird 3 nachgerechnet 3 mal 7, 21 plus 4 ist 25. Also auch mit Klammern kann man sich entsprechend behelfen und entsprechende Formeln aufbauen.